Es wird Zeit für den Hauptkampf des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, wir haben zu einer Boxregulare in folgendem Bildung geworben in der Sanktas in der Bundesrepublik. Der Umwand ist 19 Jahre und 72 Kilogramm schwer. Wir freuen uns auf euren sportlich wunderbaren Auftritt hier aus der Hauptstadt der Republik. Ladies and Gentlemen, please welcome an Applaus für unsere Berliner Max Baumer! ALEKS WEREN 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 Glockenzeichen Meine Damen und Herren, der junge französische Kämpfer Maxime Servy ist 23 Jahre jung und 72 Kilogramm schwer. Willkommen in die Republik Frankreich. Ein Schwung mit dem Film Eingangs- und Willkommensgruß für einige tausend Kilometer bis zu uns. Meine Damen und Herren, Applaus und Respekt für Maxime Servy! Meine Damen und Herren, ich komme zur Vorstellung der beiden Kämpfer. Der Moral im Roten Eck in Max Bauman ist 19 Jahre jung und 72 Kilogramm schwer. 13 Kämpfe stehen in seinem Startbuch, 13 Kämpfe davon konnte er innen, 10 davon durch Schnau. Er kämpft für Golden Glory aus der Hauptstadt. Er ist deutscher Meister der WKM, Weltmeister der WKH. Meine Damen und Herren, Applaus für Max Bauman! Mein Name ist Maxim Servy. Wer hat 23 Jahre jung und 72 Kilogramm schwer. Er ist aus Frankreich kommentiert und heute in Engelsinio mit dem Obermeisterschaftspiel angetreten. 17 Kämpfe stehen in seinem Startbuch im Format. 40 davon konnte er gewinnen, 7 davon durch Schnau. Er ist französischer Meisterbeirat und willkommen hier bei uns. Willkommen und Applaus für Maxi Servy! Mein Name ist der erste Chino bei der Haubung im händischen Titelkampf handelt. Werden wir ins Innereinkommen mit den beiden nationalen Händen, der hier angetreten mit Sportler für uns nie in den Turminen. Meine Damen und Herren, Applaus für Max Bauman! Meine Damen und Herren, bitte erheben sich für die Nationalwürde. Wir gehen mit der Republik Frankreich! Applaus für Max Bauman! Applaus für Max Bauman! Musik Meine Freunde, die Nationalhygiensten der Aposhenburg in Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020